So, unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Ich stehe vor der Halle und stellt euch vor, unser Mann Rudi aus Schrotzberg ist soeben wegen Doping überführt worden, ja? Da kommt er. Rudi! Hier, Rudi! Ich bin von der Presse, lass mich da durch! Mit der Scheißkamera! Was ist denn los, Rudi? Mit der Kameramann! Was ist denn passiert? Die Leute sind auf... Rudi, was ist mit dem Viagra? Rudi, was ist denn los? Hier, wer hat... Was ist... Was ist denn los? Wer kann... Sie! Rudi! Rudi! Was ist... Der Rudi ist weg! Der Rudi ist weg und, ähm, ich sehe meine Art.